Der Alex hier, es ist Sonntag und Thema dieser Woche ist, wie liebt ein Transmann? Erst einmal liebt er jeder Mensch individuell, würde ich sagen, also es ist schwer zu verallgemeinern. Aber was ja in dem Zusammenhang interessant wäre, ist die Frage, ob sich während der Transition Dinge verändern, also ob man dadurch irgendwie anders liebt. Und jetzt generell ist das Gefühl der Liebe ändert sich nicht, also bei mir auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jemanden anders lieben würde, weil ich Hormone nehme oder weil mir bewusst wurde, dass ich trans bin. Aber in dem Prozess merke ich schon, dass sich das alles halt irgendwie davon beeinflusst wird. Also seit meinem Outing würde ich sagen, kann ich zum Beispiel auch generell besser zulassen, irgendwie Liebe zu geben, Liebe zu erfahren. Also dass ich mich da weniger, ja, weniger quer stelle sozusagen. Und ich denke, dass sich das positiv auch auf alle möglichen Formen von Liebe auswirkt. Und ja, mit den Hormonen ist es ähnlich, ne? Also ich bin jetzt kein komplett neuer Mensch, aber ich erfahre Gefühle schon anders. Und ich muss sie auch irgendwie anders verarbeiten. Das ist so eine Sache, die man halt im Laufe der Zeit auch lernt. Also bei mir ist das so, ich weiß nicht, es kann ja bei jedem anders sein. Und das, ähm, ja, genau, das bezieht sich ja dann auch auf alle möglichen Bereiche im Leben. Das ist in Beziehungen, egal ob jetzt mit der Freundin oder mit Eltern oder so, das spielt da natürlich mit rein. Und, ja, deswegen würde ich sagen, generell das Gefühl der Liebe ist kein anderes. Aber wie man Liebe gibt und erfährt und wie man Gefühle, die mit Liebe zu tun haben, wahrnimmt und verarbeitet, das verändert sich schon. Hm. Und was man dann auch häufiger hört, ist, dass viele ja auch nochmal so über ihre sexuelle Orientierung nochmal genauer nachdenken können dann in dem Fall auch. Und dann merken, dass sich da was ändert. Und ich meine, das ist ja nochmal, das zieht sich ja nochmal extrem in den Bereich der Liebe rein. Weil, wenn man merkt auf einmal so, oh, ich stehe doch auf Männer oder ich stehe doch auf Frauen oder auf beides, dann verändert das natürlich auch eine Menge. Und das, denke ich, sollte man da nicht unterschätzen. Aber, ja, also es ist schon interessant. Aber ihr braucht keine Angst haben, dass ihr jetzt komplett anders werdet, so durch die Hormone oder so. Lasst euch einfach drauf ein. Und, ja, es kann man dafür Hatschläge geben. Seid so, wie ihr seid, liebt so, wie ihr lieben wollt, wen ihr lieben wollt. Und, ja, macht euch da nicht so bekloppt.